Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Löwe, wenn du dich in den kommenden Tag stürzt, lass dich von deinem Herzen leiten, anstatt dich nur auf deine finanziellen Überlegungen zu verlassen. Setze Prioritäten und entscheide bewusst, wofür du deine Ressourcen einsetzt. Nimm eine aktive Haltung ein und halte Ausschau nach Gelegenheiten, die du ergreifen und zu deinem Vorteil nutzen kannst. In deinem Umfeld könnte sich ein Konflikt zusammenbrauen. Stehe für deine Überzeugungen ein und scheue dich nicht, wenn nötig, die Gemüter zu erhitzen. Heute wirst du dich von Inspiration leiten lassen, und es wird dir relativ leicht fallen, etwas zu erreichen. Während du in diesem Fluss bist, solltest du vor allem bei deinen Essgewohnheiten auf Mäßigung achten und dich vom Alkohol fernhalten. Alles, was mit deiner Gesundheit zu tun hat, wird sich verstärken. Ziehe in Erwägung, an einem Online-Fitnesskurs teilzunehmen, der dich in ein unerwartetes Reich der Zuversicht und Gelassenheit befördern kann. Nimm dir einen Moment Zeit, um deine Gesundheit zu überprüfen und genieße die Annehmlichkeiten, die dich umgeben. Dieser Tag ist eine Einladung, die Lebendigkeit des Lebens wahrhaftig anzunehmen. Sei auf Gelegenheiten vorbereitet, die sich vielleicht nicht auf herkömmliche Weise manifestieren. Halte stattdessen Ausschau nach synchronen Ereignissen, die sich in alltäglichen Situationen ergeben können. Eine zufällige Begegnung im Supermarkt oder ein zufälliger Moment beim Überqueren der Straße könnte das unerwartete Tor sein, auf das du gewartet hast. Wenn es um Liebe und Romantik geht, liegt ein Hauch von Geheimhaltung und Intimität über dem Tag. Ob andere von eurer Beziehung wissen oder nicht, sie hat eine besondere Bedeutung. Die Momente, die ihr miteinander teilt, haben einen einzigartigen Charme und eine liebenswerte Qualität. Dies könnte eine ideale Gelegenheit sein, um deine Gefühle durch ein aufmerksames Geschenk auszudrücken, das deine Emotionen zum Ausdruck bringt. Eine solche Geste wird deinem Partner wahrscheinlich ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern. Im großen kosmischen Plan kannst du dich auf eine Konstellation einstellen, die eine außergewöhnliche und transformative Gelegenheit ankündigt. Dieses Himmelsereignis markiert einen entscheidenden Punkt auf deiner Reise und lädt dich dazu ein, deine Komfortzone zu verlassen und dich auf das Unbekannte einzulassen. Wenn die Himmelskörper ihre wohlwollenden Energien auf dich übertragen, wird deine Intuition gestärkt und führt dich zu lang erwarteten Türen, die geduldig auf deine Ankunft gewartet haben. Das ist kein Zufall, sondern eine kosmische Einladung, deine Träume in greifbare Realität zu verwandeln. Das Universum selbst hat sich zu deinen Gunsten verschworen und fordert dich auf, diesen außergewöhnlichen Moment zu ergreifen und eine Reise anzutreten, die persönliches Wachstum, Triumphe und tiefe Erfüllung verspricht. Setze dein Vertrauen in die Sterne, nähere deinen unerschütterlichen Glauben an dich selbst und wage den Sprung in die Zukunft, denn das Schicksal begünstigt diejenigen, die kühne Schritte wagen. In deinen persönlichen Beziehungen steht das Thema Kompromisse im Mittelpunkt. Trotz deines Stolzes ist es wichtig zu erkennen, dass du nicht alles allein schultern kannst. Wenn du deinen inneren Frieden opferst, um anderen entgegenzukommen, führt das nicht zu einer Lösung. Auch wenn es verlockend ist, Probleme unter den Teppich zu kehren, solltest du bedenken, dass diese Vorgehensweise nicht deinem Ziel dient. Strebe nach einem Gleichgewicht, das dein eigenes Wohlbefinden respektiert und gleichzeitig harmonische Beziehungen fördert. Zusammenfassend lässt sich sagen, Löwe, dass der kommende Tag dich dazu ermutigt, die Weisheit deines Herzens über finanzielle Erwägungen zu stellen. Ergreife Gelegenheiten mit Elan und bleibe angesichts von Herausforderungen flexibel. Lass dich von deiner Umgebung inspirieren und sorge für ein ausgewogenes Verhältnis zu deinem Wohlbefinden. Unerwartete Quellen könnten der Schlüssel zu wichtigen Gelegenheiten sein. In der Liebe und in der Romantik solltest du die Intimität des Tages genießen und deine Gefühle durch aufmerksame Gästen zum Ausdruck bringen. Auf kosmischer Ebene winkt eine transformative Gelegenheit. Wage es, dich über deine Komfortzone hinaus zu wagen. Suche in deinen Beziehungen nach Kompromissen und bewahre deinen inneren Frieden. Der Kosmos ist auf deiner Seite, höre auf seinen Ruf und gehe mutig deinen Weg. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Der Ritter der Schwerter steht für schnelles Handeln, Ehrgeiz und eine entschlossene Natur. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Energie des Ritters der Schwerter spüren könntest, die den starken Wunsch beinhaltet, entschlossen zu handeln und deine Ziele mit Begeisterung zu verfolgen. Sie steht für eine Zeit der Entschlossenheit und das Potenzial für schnellen Fortschritt. Der Ritter der Schwerter ermutigt dich, deine Ziele selbstbewusst zu verfolgen und Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen. Er erinnert dich daran, dich auf deine Ziele zu konzentrieren und mutig zu sein. Diese Karte lädt dich dazu ein, eine mutige und ehrgeizige Haltung einzunehmen. Der Ritter der Schwerter wird von dem Eremiten begleitet. Diese Karte steht für Introspektion, innere Weisheit und Einsamkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du nach inneren Antworten suchst, in der du die Einsamkeit findest, um nachzudenken, und in der du durch innere Erkundung tiefere Einsichten gewinnst. Der Eremit lädt dich dazu ein, dir Zeit für Selbstbeobachtung und Selbstfindung zu nehmen. Er erinnert dich daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit in dir zu suchen. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du durch Momente der Einsamkeit und des Nachdenkens Klarheit und Verständnis erlangst. Der Ritter der Schwerter und der Eremit bilden zusammen eine interessante Kombination für diesen Tag. Der Ritter der Schwerter betont Ehrgeiz und Entschlossenheit, während der Eremit die Bedeutung von innerer Weisheit und Selbstbeobachtung hervorhebt. Mach dir heute die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du schnell und entschlossen auf deine Ziele zugehst. Sei mutig und durchsetzungsfähig in deinen Bestrebungen und bleibe auf deine Ziele fokussiert. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Eremiten, indem du dir Zeit für die Selbstbeobachtung nimmst und die Weisheit in deinem Inneren suchst. Finde Momente der Einsamkeit und Besinnung, um Klarheit und ein tieferes Verständnis zu erlangen. Diese Deutung steht für einen Tag mit ehrgeizigen Aktionen, Selbstfindung und dem Potenzial, innere Weisheit zu erlangen. Mache dir die Energie des Ritters der Schwerter zu eigen, indem du mutig vorgehst. Nutze die transformativen Qualitäten des Eremiten, wenn du nach Antworten in deinem Inneren suchst und die Einsamkeit zum Nachdenken suchst. Denke daran, auf deine innere Stimme zu hören und die Weisheit deines Inneren selbst zu suchen. Handle entschlossen, um deine Ziele zu erreichen, und suche Momente der Einsamkeit, um tiefere Einsichten zu gewinnen. Wenn du die Qualitäten des Ritters der Schwerter und des Eremiten kombinierst, kannst du mit Ehrgeiz, innerer Weisheit und dem Potenzial für schnellen Fortschritt und persönliches Wachstum durch den Tag gehen. Untertitelung des ZDF, 2020